Einen herzlichen Buongiorno wünsche ich euch an alle Geräte zu Hause. Euer Tom Kett hier, ihr lieben Freunde der leichten Unterhaltung. Ich bin mal wieder für euch unterwegs. Das sieht aber auch aus wie eine 125er. Riecht auf jeden Fall wie eine 125er. Klären wir ab. 125er oder was? Wenn es ein kaltes raus ist und ein paar Tage standen, dann lobt es immer scheiße, mit Schock. Ja. Das ist eingemottet, letzte Fahrt. Es wird langsam Zeit, ja. Ist also eine 125er, sieht aus wie eine große. Ich denke mal, wir reden mal ein bisschen über Kommentare. Gab er als letztes einen, da wurde ich gefragt, ob man den Quickshifter auch nachrüsten kann und ob es den irgendwo schon gibt. Und ja, natürlich, wenn ihr eine R 125 habt oder eine Tuono, dann könnt ihr bei Apria direkt euren Quickshifter bestellen. Denn an dem Quickshifter hat sich ja nichts geändert. Zu den Vorgängermodellen ist immer noch der gleiche. Und damit könnt ihr den auch an einer 20, 21er verbauen. Gar kein Problem. Dann stellte sich die Frage als nächstes, ja, okay, dann habe ich den verbaut. Was ist denn mit der Software? Also erstmal grundsätzlich würde ich sowas nicht alleine verbauen. Würde ich also nicht machen. Würde ich immer zur Werkstatt fahren. Zum Händler meines Vertrauens. Und würde das machen lassen. Der weiß auch, was er da macht und was er da machen muss. Und ja, es ist durchaus möglich, dass das Steuergerät eine Software braucht. Und dazu müsstet ihr ja erstmal noch ein OBD-Gerät kaufen. Und ihr müsstet die Software herunterladen können. Keine Ahnung, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Kann sein. Kann aber auch sein, dass das nur für Händler ist. So. Und wenn ihr das OBD-Gerät habt und die Software, dann braucht ihr noch den richtigen, oder den passenden Stecker für das Steuergerät. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Ja. Muss man dann halt recherchieren. Beziehungsweise erfragen beim Händler oder bei Aprea selber. Was dafür genau benötigt wird. Und ich denke, da ist der einfachere Weg. Ihr geht zum Händler und sagt ihm, er soll euch das anbauen. Ihr bezahlt das Ding. Plus, weiß ich nicht, 20 Euro, weil Arbeitsstunde, länger kann das ja nicht dauern. Also länger als eine Stunde dürfte das nicht dauern. Ja. Und der weiß dann, wo er die Software herunterladen muss. Und der hat das OBD-Gerät, der hat den passenden Stecker dazu. Der weiß, wo der Anschluss ist bei dem Steuergerät. Oder wo der Steuergerät überhaupt sitzt. Und wenn ihr so ein Bike neu habt, das könnt ihr ja alles gar nicht wissen. So, dementsprechend, meine Empfehlung, bringt das Ding in die Werkstatt. Lasst euch das machen. Ich weiß gar nicht. Der hat, glaube ich, mal 150 Euro gekostet. Kann das sein? Oder war das sogar ein bisschen mehr? Der Quickshifter. Die Frage ist halt einfach, brauche ich so ein Ding eigentlich? Also, ja, das ist praktisch. Aber ich selber versuche ja irgendwie das auch alles auszutesten und den Nutzen daraus zu sehen. Und stelle immer wieder fest, oder ich erwische mich selber dabei, dass ich Kupplung ziehe und schalte. Fahr doch rüber, ja. Da ist für mich Platz. So, bei solchen Sachen. Hier eben gerade, das geht ganz gut. Aber es geht ja nur, dass du die Gänge nach oben schaltest. Ob das dann viel Sinn macht? Weil, wenn ich schnell sein will, müsste ich eigentlich auch einen Blipper haben. Um zum Beispiel beim Überholvorgang mal eben ganz schnell den Kupplungshebel nach unten zu drücken. Um einen Gang niedriger zu schalten. Und diese Möglichkeit ist gar nicht gegeben. Dementsprechend sehe ich den gar nicht so für sinnvoll an. Das ist Geld, was ihr da in die Hand nehmt. Also wirklich, da würde ich mir lieber das Aprilia Mia holen. Oder diesen USB-Anschluss. Oder das Geld in vernünftige Kleidung, Motorradkleidung investieren. Das sind so Sachen, die viel, viel wichtiger sind als ein Quickshifter. Ja, der Quickshifter macht Spaß. Du kannst jetzt hier fahren und musst dich die Kupplung ziehen. Zack. Dafür ist es gut. Aber es bringt euch doch nicht irgendeinen Benefit. Weil, wenn ich jetzt schneller, jetzt bin ich im fünften Gang. In dem sechsten sogar schon. So, wenn ich jetzt schneller werden will oder beschleunigen muss, einen Gang runterschalten, muss ich doch wieder die Kupplung nehmen. Bringt doch nichts. Und wenn ich einen Blipper hätte, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Weil dann brauche ich diese Kupplung nur gerade mal noch zum Anfahren. Also erster Gang und dann fahre ich das Ding an und dann schalte ich nur rauf runter mit dem Blipper und dem Quickshifter. Das Ding macht Sinn. Das hier? Nee. Eigentlich nicht. Es ist einfach nur so eine Geschichte, äh, so ein bisschen Bequemlichkeit, die man denn hier hat. Und, äh, wir stellen uns das einfach mal vor, wir hätten sowas beim Auto. Es gibt ja Autos mit sequenzieller Schaltung. Gerade so in dem Bereich sportlich, also Golf GTI oder auch Mercedes bietet das teilweise an. Oder immer häufiger an, diese sequenziellen Getriebe. Ich habe eine C-Klasse gehabt. 22 CDI. Ich hatte da später nochmal einen 200er CDI. Ähm, alle waren beide Baujahr. Der eine war 2004, der andere war 2005. also die W203-Serie. Und der hatte, wie üblich, also in Berlin fährt man Automatik. Ja, Schaltung ist der Tod. Ja. Und, ich hatte also Automatik und ich hatte Schaltwippen. So, jetzt muss man sich das so vorstellen, man hat ja schon Automatik und diese Elektronik steuert ja eigentlich, oder, ja, steuert das Motormanagement und Getriebe-Management eigentlich. Und das heißt, ähm, wenn ich langsamer werde, schaltet das Fahrzeug ab einer bestimmten Geschwindigkeit, Drehzahl, also das wird genau ausgerechnet, bla bla bla, und Kraftstoffverbrauch und tralala und pipapo. Ach, frag doch einfach Mercedes, wie das funktioniert. Verdammt. Keine Ahnung. Nein. Ähm, schaltet der einen Gang runter. Oder ich mach das mit einem Quickshifter oder mit einem Kickdown. So, diese zwei Möglichkeiten habe ich. Oder drei. Das heißt, entweder lasse ich es automatisch machen. Oder ich mache es halb manuell. So, und dann habe ich das ausprobiert und war sichtlich enttäuscht, weil du ziehst an dem, ähm, an dem Paddle, so nennt man das ja, dem Schaltpaddle, und da passiert gar nichts. Weil der Bordcomputer bzw. der Steuergerät sagt, äh, nö. Wenn du jetzt schaltest, dann fährst du ja nicht mehr wirtschaftlich. So, dafür bedarf es nämlich einem besonderen Steuergerät, nämlich das zum Beispiel eines AMGs. Da ist diese Geschichte nämlich abgeschaltet. Den interessiert das nicht, ob du wirtschaftlich fährst oder nicht. Und getriebeschonend. Das ist dem vollkommen Wurst. So. Was so ein Steuergerät kostet, äh, ihr könnt ja mal im Internet gucken, aber ich sag einfach mal so zwischen 600 und 1000 Euro. Je nachdem, was es für eins ist. Könnt ihr ja mal gerne drüber nachdenken, ob er denn solche Investitionen in eurem Auto, wenn ihr dann einen Mercedes fahrt, wenn ihr dann sowas da einbauen würdet wollen. So, stellte sich mir die Frage, ich hab den dann nie wieder genutzt, ich hab diese Schaltbippen nie wieder benutzt. Es sei denn, ich war mal auf der Autobahn und wollte mal einen gucken lassen. Aber, ja, nee, ehrlich, wollte ich nicht irgendwann mehr. Also bin ich mit dem Ding ganz normal im Automatikmodus gefahren und dann hat das alles so auch wunderbar funktioniert. Und genau das ist das hier auch mit diesem Quickshifter. Das Ding... Ja, es funktioniert. Aber... Ja... Äh... Keine Ahnung. Also überlegt euch das mit dem Quickshifter ganz genau, ob ihr da das Geld in die Hand nehmen wollt oder nicht. Ich sehe es als unnötig an. Wie gesagt, was auch immer wieder eine Rolle spielt bei solchen Überlegungen ist, wie lange fahrt ihr das Ding? Gerade die Jugend sagt sich, naja, das hab ich blutgeleckt und im nächsten Jahr, da wird dann der A gemacht oder der A2. Und, äh, dann kaufe ich mir eine 500er, eine 1000er, keine Ahnung. So, und dann sind da vielleicht, wenn ihr dann ein neues Motorrad kauft und das Richtige vor allen Dingen, ähm, solche Sachen schon verbaut. Also Quickshifter und Blipper. Und da fängt es an, für euch auch Spaß zu machen. Ich denke, damit habe ich den Papa Tom kämpft auch wieder raushängen lassen. Ja? Um meinen jugendlichen Kindern, die jetzt alle auf der 125er aufsteigen, demnächst, oder schon aufgestiegen sind. Und bitten und betteln, äh, was ist denn das? Was kann man denn hier machen? Was kann man da verbessern? Wie kriegen wir sie schneller? Äh, so ein bisschen die Vernunft beigebracht zu haben und wieder das Gehirn eingeschaltet. Wie gesagt, investiert das Geld in Schutzkleidung. Das macht wenigstens noch Sinn. Weil die nehmt ihr mit rüber in die nächste höhere Klasse. Das Thema Auspuff ist ja auch noch nicht vom Tisch. Und ich habe ja auch unterschiedliche Meinungen gehört. Ich habe ja sehr viel recherchiert, was Auspuffanlagen angeht. Ähm, welchen Sinn das macht. Ähm, Leistungssteigerung, vergesst es einfach. Das ist so minimal, das bringt euch gar nichts. Es gibt aber auch kluge junge Leute, wenn ihr, ähm, wirklich was an eurem Bike machen wollt, wovon ich immer wieder abrate. Also kein Freibrief jetzt für euch, dass ihr jetzt hier anfangt an euren Bikes rumzuschrauben. Ja, dann gibt es da wirklich Leute, die so richtig fit sind. Die auch, sag ich mal mit der RS 125 GP Replika oder normal, äh, aus 2019 oder 2020 noch mal mehr Umdrehungen herausgeholt haben. War ich also sehr erstaunt, was man da so alles machen kann. Ja, okay, alles klar, da gibt es ein neues, äh, Teil, Bauteil, was da eingebaut werden muss, mit einer anderen Software, damit die Gemischveränderung stattfindet. So eine Geschichte, ja, dann werden irgendwelche Luftfilter ausgebaut und was weiß ich noch alles. Naja, wie gesagt, da brauche ich alles nicht. Wenn ich was Schnelleres fahren will, dann mach ich einen anderen Führerschein und fahr halt was Schnelleres. Muss ich an dem hier auch nichts verändern. Aber es sieht halt im Moment sehr mau aus, oder was heißt sehr mau, es sieht überhaupt nicht aus. Es gibt keine Auspuffanlagen, die Euro5-konform sind. Und das wird auch vorläufig auch erstmal so bleiben, so wie ich das gehört habe. Weil man es einfach nicht auf die Reihe kriegt, ähm, die Emissionsdaten in einer Sportauspuffanlage rüber zu tragen. Da hat also, wie gesagt, die EU ganze Arbeit geleistet. Dieses Mal. Also, man will ja Motorräder leiser machen, ne, so, und, ähm, emissionsarmer noch. Von daher macht man dann halt im Grunde genommen so Sachen wie, ja, man gibt irgendwelche Vorgaben und die müssen dann eingehalten werden. Und dann müssen Zulieferer versuchen, also Anbauteile zu bauen. Und die müssen dann aber auch dieselben, ja, dieselbe Emission haben. Und das gestaltet sich dann meistens sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, es hieß ja dann halt, irgendwo noch eine ganze Zeit lang, Mief hat ja einen, der Euro5-konform ist, stimmt nicht. Hat er nicht. Mief hat keinen Euro5-konformen Auspuff. Das einzige, was dieser Auspuff ist, er sieht aus wie das Original. Und deshalb war meine Vermutung, dass man eventuell, wenn man dort den Cut, den Original-Cut da einbaut, ähm, dass man dann einen Euro5-konform hat. Das wäre aber auf dem Prüfstand zu messen, ob das dann wirklich auch so ist. Und, äh, was denn vielleicht bleibt, ist ein satterer Klang. Ja, das wäre dann dann wirklich alles. Ähm, top wäre natürlich, oder sagen wir mal so, Denken wir einfach mal, Akrapovic zum Beispiel, eine sehr bekannte Marke, ähm, würde sich jetzt tatsächlich hinstellen und die, ähm, Konstruktionsabteilung, also die ganzen Techniker und Ingenieure würden sich dann tatsächlich hinstellen und versuchen, für die Aprilia, oder für alle Euro5, das ist ja das Ding. Es wird ja nicht nur für die Aprilia gemacht, oder für einen Motorradtypen, äh, eine Anlage, eine Komplettanlage. Oder auch nur einen Endtopf herauszubringen, der die Werte erfüllt. Yep. So, und das würde der jetzt, sag ich mal, in diesem Winter noch schaffen. Also, Akrapovic würde, ich denke, die sind ja jetzt schon nicht gerade arm. Die wären jetzt dann halt top am Markt, weil alle würden dann sich so ein Auspuffrohr holen. Ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinen beiden Themen haltet. Die ich eben gerade angesprochen habe, ob ihr damit mir konform geht, oder ob ihr darüber anders denkt. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder unterhalten. Denkt bitte daran an Twitch. Ich habe das jetzt alles fertig gemacht mit Twitch. Das heißt, das Overlay und die ganzen Sachen, die laufen wohl jetzt. Wie sie dann im Betrieb laufen, werden wir dann sehen. Und damit bin ich also jetzt erstmal soweit durch. Das bedeutet, für die letzten Tage jetzt noch, kann ich noch ein paar Videos drehen. Am Samstag, Sonntag muss ich dann schon meine Sachen zusammenpacken, weil ich ja am Montag dann halt auf Leergang fahre. Und dann komme ich ja nur am Samstag zurück. Und ja, von daher habe ich nicht mehr so viel Zeit. Also, wie gesagt, auf Twitch schon mal ein Follow-Door lassen. Und für alle die, die mich jetzt hier schon abonniert haben. Und dann für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben bei YouTube. Achtung, da sind immer noch so bei 79% meiner Zuschauer, die mich nicht abonniert haben. Lasse gerne ein Abo da. Die anderen gerne wieder mal ein Däumchen, ist ein Träumchen. Und Kommentare, Kommentare, Kommentare. Und wer die Glocke aktiviert, der versäumt auf jeden Fall nicht, wenn ein neues Video von mir bei YouTube erscheint. Und in diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Ähm, ich sage, euer Tomcat ist raus. Ciao mit Au und schön mit Öl. Miau ist das denn, ich sabe, dass ihr hier in meinem Leben quasi soatiques. Dann Lampe, ich sag mal, ich sage... ųwiv. Vielen Dank.